Ein privates Open-Air-Keynote zum Mitnehmen. Für dieses Projekt brauchen wir folgendes. Ein Smartphone. Eine mobile Festplatte, die funkt. Das Wichtigste ist ein winziger Projektor für das Bild. Und dass es gut klingt, für das haben wir noch einen drohtlosen Lautsprecher dabei. Und alle diese Geräte laufen mit Akkustrom. Darum brauchen wir noch ein Kabel für das Video und ein kleines Stativ. Mit weniger als einer Kilotechnik machen wir uns auf den Weg und suchen uns einen Plätzchen voraus für unser Camperkino. Dabei haben wir noch ein Leintuch und ein Zelt. Ohne Strom ist unser Kino in kürzester Zeit aufgestellt. Die drohtlose Festplatte ist unsere Videothek. Ein Terabyte hat dort Platz für HD-Filme. Und den Lautsprecher brauchen wir auch, um gegen die Grille nachzukommen. Den Projektor schliessen wir per HDMI-Kabel am Handy an und das verbinden wir per Bluetooth mit dem Lautsprecher. Der Lautsprecher und die Festplatte bleiben im Zelt. Mit dem Leintuch bauen wir uns jetzt eine Leinwand und jetzt müssen wir nur noch den Projektor ausrichten und den Film auswählen, der dann von der Harddisk per WLAN aufs Handy gestreamt wird. Reklame gibt es keine, der Film folgt gerade an. Well, that snow belly's stuck an hour. Huh? Sorry, that's not a bitch. She's cutting us out a whole month's pipe. That ain't right.